Heute zeige ich euch, wie man Hefewasser aus Brotresten macht. Ob das auch klappt? Viel Spaß bei diesem Video! Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Tja, heute erfülle ich wieder einen eurer Wünsche und hierzu gehört auch eine Frage aus meiner Facebook-Gruppe, die ich euch einmal unter diesem Video verlinke. Da ging es darum, ob man ein Hefewasser auch aus alten Brotresten machen kann. Tja, und eins vorneweg, ja, es geht, aber tatsächlich ist die Konsistenz anders als mit Früchten oder Ähnlichem, da sich das Brot hierbei dann nochmal komplett auflöst. Und wie ihr das am besten handhabt, das zeige ich euch natürlich in diesem Video. Ich fange an, dass ich 500 Milliliter stilles Wasser nehme. Bei mir sind es meistens tatsächlich ein bisschen mehr, so fast ein Liter. Da gebe ich einen Teelöffel Zucker hinzu, in meinem Fall Zuckerrübensirup, ihr könnt aber auch Honig, Kristallzucker, Rohrohrzucker oder Ähnliches nehmen. Bitte aber keinen Fall den Birkenzucker, diesen Xylit, das funktioniert nicht. Und dann nehmt ihr noch zwei Esslöffel eures Anstellgutes. In dem Fall sind es bei mir getrocknete Brotreste, die ich klein geschnitten habe. So, und das ganze Hand habe ich wie jede andere Hefe, die ich selber herstelle. Oben rechts verlinke ich euch auch noch meine Playlist. Und die ist dann fertig, wenn sie ein bisschen alkoholisch riecht. Fruchtig geht ja nicht, es sind ja auch keine Früchte drin. Aber es riecht natürlich ein bisschen nach dem Brot, was ihr da hineingetan habt. Morgens und abends schüttel ich das Ganze, damit sich hier kein Schimmel bildet. Und dann gucke ich mal so circa zwei bis vier Tage brauche ich meistens bei mir bei Zimmertemperatur. Das kann aber auch kürzer oder länger gehen, je nachdem wie warm oder kalt das bei euch in der Umgebung ist. Setzt euch da aber auch bitte nicht unter Druck. Da ist kein Muss und das ist wirklich ein fantastisches Ergebnis. Guckt mal. Das ist jetzt der zweite Ansatz. Das heißt, ich habe das schon einmal verlängert, weil ich das schon zum Backen benutzt habe. Und das hat hervorragend geklappt. Das kann ich euch wirklich versprechen. Und hier habe ich sogar ein großes Stück Brötchenrest genommen. Also ich glaube ein halbes oder ein ganzes habe ich da einfach so reingeworfen. Und das muss ich ja jetzt irgendwie versorgen, denn ich versuche immer das Anstellgut mitzuverarbeiten. Dafür habe ich natürlich auch schon ein paar Rezepte. Verlinke ich euch oben rechts mal die Playlist. Das heißt, das Anstellgut, was ihr für euer Hefewasser habt, das kann man auch wieder weiter verwenden. Egal, ob ihr Kräuter habt, Früchte oder wie in diesem Fall Brotreste. Es gibt ganz viele Möglichkeiten und lasst euch da wirklich überraschen. Das Hefewasser ist wirklich multifunktional und ich bin so dankbar, dass ich damit jeden Tag backen kann. Denn das Gebäck ist nicht nur bekömmlicher, gerade wenn ihr Probleme mit euren Mägen habt, sondern es ist auch viel gesünder. Und in den nächsten Tagen zeige ich euch mal einen Test, was passiert, wenn man 30 Tage lang jeden Morgen das auf nüchternen Magen trinkt. So, ich habe jetzt hier meine Küchenmaschine. Da habe ich das Hefewasser einmal hineingegeben in meinen Smoothie Maker, also in meinen ganz normalen Mixer. Ihr könnt auch einen Pürierstab oder ähnliches nehmen, das funktioniert genauso. Dann püriere ich alles einmal fein. Hier könnt ihr sehen, unten ist nämlich dieser Satz, der sich gebildet hat. Oben ist natürlich der Schaum und hinten in der großen Kenwood Schüssel, da habe ich schon die Zutaten für Hamburger Brötchen vorbereitet. Und da soll jetzt die Hefe ihr Gutes tun. Und ich kann euch so schon sagen, es hat super geklappt. Die Brötchen haben lecker geschmeckt. Und gerade wenn ihr Brot oder Brötchen macht mit diesem Brot, Hefe und Wasser, dann finde ich, hat das nochmal so eine ganz andere Wirkung, als wenn ihr da Datteln oder Gemüse oder ähnliches verwendet. So und übrigens, wenn ihr hier neu auf dem Kanal seid und noch gar nicht wisst, wieso ich das hier alles mache und ihr noch mehr darüber erfahren wollt, warum ich Hefe selber herstelle und hierzu auch Videos sehen wollt mit abwechslungsreichen, köstlichen Rezepten, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann erfahrt ihr immer als erstes, sobald ein neues Video hochgeladen wird. Und wenn dir dieses Video gefällt, dann gib ihm natürlich einen Daumen hoch und am besten teilst du es, damit so viele Leute wie möglich erfahren, wie einfach und unkompliziert man Hefe selber herstellen kann. So und hier kannst du schon sehen, das sind einige Ergebnisse, die ich mit meinem eigenen Hefewasser erzielt habe. Und das hier ist jetzt ein Brotteig aus Altbrot gemacht mit dem Brot Hefewasser. Und der ist mir tatsächlich ein bisschen übergegangen. Also ich hatte wirklich keine Zeit, den zu verarbeiten und ich hatte wirklich die doppelt und dreifache Menge hergestellt. Und da habe ich es ganz einfach gemacht. Ich habe den Esslöffel einfach in Wasser getunkt und steche mir da so ein paar Brötchen ab. Das ist so ungefähr wie diese Schweizer Börli, da habe ich ja auch schon mehrere Rezepte gezeigt und ohne Sauerteig, da hatte ich die ja auch einmal abgestochen. Weil das ganz viele machen, das ist einfach und unkompliziert und die Brötchen sind trotzdem sehr lecker. So und während ich das hier im Hintergrund mache, bleibt mir auch endlich mal Zeit, mich bei meinen Mitgliedern zu bedanken. Seit einiger Zeit biete ich ja hier die YouTube Mitgliedschaft an. Das bedeutet, jeder der möchte, kann mich hier ein bisschen unterstützen, damit die Videos für euch noch besser und professioneller werden. Gerade kürzlich habe ich mir ja endlich ein Mikro angeschafft, damit der Ton für euch viel angenehmer und schöner ist. Und wenn ihr mich auch unterstützen wollt, dann schaut mal unter diesem Video, da verlinke ich euch natürlich alles. Ebenso wie das Equipment, wenn ihr darüber etwas kauft, auch damit könnt ihr mich unterstützen. So und diese Brötchen wandern jetzt gleich in den Backofen und ich freue mich schon riesig darauf. Und wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Euch wünsche ich viel Spaß mit den Videos, die ich euch jetzt hier anzeige. Eure Emma. So요! Tisch! Kl particularly Вам weniger oder Lenkung 될 uns ja được. Well, Le opportunity ihr es probiert sein! Schiff! Er��요!